Hallo und herzlich Willkommen zum Spiel 1. FC Union gegen 1. FC Carl Zeiss Jena. Es wäre schön, wenn wir einen Sieg hätten, denn die letzte Folge war siegfrei. Und das ist schlecht. Ja, komm gut zum Auftakt. Nein, geht schon genau so los, wie es aufgehört hat die letzte Folge. So, jetzt müssen wir aber schauen, dass wir nichts verdändeln hier. Wir haben das letzte Mal richtig verdändelt. Ich gehe mal mit Quarne ran. Und check. Tick, tick, tick. Sehr schön. Na, dann schieß. Dann schieß auch. Ach, schade. Das wäre es jetzt gewesen. Das hätte ich ihm gegönnt, nachdem er sich so durchgesetzt hat. Quarne ist nicht schlecht. Das, was wir ausgegeben haben, ist schon ein Wahnsinn. Pressing. Ach, schade. So, was machst du? Auf. Bossé. Bossé. Er rennt, rennt, rennt. Und was macht er jetzt? Aha. Das ist natürlich schlecht. Denn da komme ich mit keinem ran. Ich kann es probieren, aber... Wird eher dann ein Foul als was anderes. Dann gehe ich mal mit dem auch zurück. Mhm. Und jetzt? Aha. Verstehe ich. Und jetzt? Okay. Ist in Ordnung. Kann ich mit leben. Ja, ein Gelufte passt eher nicht. So, Fürstner, schaffst du das, den zu halten? Ich bin ja skeptisch. Aber manchmal, ne? Schaffen sie es ja. Ich bin schon skeptisch. Aber da kommt gerade der, ne? Aha. Deswegen. Was hast du denn du, dass du so gut bist? Du hast auch nicht so viel mehr Kontrolle. Jetzt mal ganz ehrlich. Wenn ich es recht bedenke. Gerade so. Und vor allen Dingen, der nimmt den gleich wieder auf. Ich sage, Achtung. Ne, mach dir. Ach, press gleich. Oh! Oh! Das ist das erste Mal, dass ich sowas sehe. So. Ja, eigentlich zu qualern. Ne, jetzt wird gelupft. Gelupft ist schlecht. Zudem kann ich ein Prasschen. Dann gehst du hier hin. Und dann schießt du... Ne, das ist die Frage. Das ist eben die Frage. Ah, probier. Ach, es klappt nie. Mach gleich ein... Oh! Oh, oh, er hat ihn mal nicht. Er hat ihn mal nicht. Sehr. Das ist schon... So. Köhler schießt. Bobby Wood geht hier hin. Und Brandy hier. Und? Und? Einmal hat ihn eine total hier reingezirkelt, ne? Wie er das gemacht hat. Frag ich mich ja, aber. Er hat ihn total reingezirkelt. So, wir müssen irgendwie versuchen. Aha. Oh, er drängt alles ab. Ja. Wood. Sehr schön. So, jetzt Wood. Wood, Wood, Wood. Wood! 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 Ja, Dribbling. Wer macht jemals Dribbling, oder? Puh! Hätten wir doch auf Tore machen sollen, ne? Wenn man bedenkt. Ja, also ich sag mal, doch. Ich sag mal, so 50 Tore in einer Saison. Das ist gar nicht so, wenn man in jedem zwei Tore mindestens schießt. Das ist gar nicht so... Naja, das ist egal. Jetzt können wir es eh nicht mehr ändern. Äh, 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 äh. Ja. Nicht so, meine Freunde. Nicht so. Ja, jetzt ist die Frage, ne? Hältst du ihn, vorne? Achso. Hätte ich doch draufgeschaut... Oh, ich hab nicht draufgeschaut. Ich hab nicht draufgeschaut. Ja, ist in Ordnung. Obwohl, wir müssen mal einen wechseln. Aber da würde ich gern zwei vorne legen. Dann würde ich mal einen einwechseln. So traue ich es mich nicht. Damit, damit die Spielerfahrung bekommen. Schön. Und vor allen Dingen mal gehalten. Wieso immer mal eins? Okay. Ganz so. Oh, schwierig. Ja, ich könnte natürlich jetzt drauffeuern, ne? Ich mach's. Na, ich hätte ihn halten sollen. Wenn er reingegangen wäre, hätte ich gesagt, ju, ich hab's gemacht. Na, ja. Na, ja. Ich hätte ihn halten sollen. Wenn ich's recht bedenke. Aber kein Gelb. Aber kein Gelb. Kein Gelb. Und... Und... Aha. 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 Und jetzt. Sehr schön. Trammel. Na, den haben wir ja verlängert. Gott sei Dank. Gelüfte passen eher nicht. So. Auf zu Fürstner. Jetzt wäre es schön, wenn du den hältst. Dann können wir nämlich zu Bobby Wood. Der könnte eins vor und könnte dann nochmal schauen, ob er es schafft. Ich mein, Wood ist ja hier der Einzige, der immerhin noch Tore schießt, ne? Die anderen schießen ja keine mehr. Mögen nicht mehr. Oder wie auch immer. So. Ah. Hm. Tja. Doof. Aber die können gute Pässe spielen, ne? Wow. Wow. Die können richtig gute Pässe spielen. Nein. Huh. Gefährlich. Gefährlich. So. Nochmal dasselbe in grün. Vielleicht sollten wir mal hier rüberspielen. Ne. 22. 13. 3. Ist eigentlich super. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Oh. Der hat 3. 3. Und was hat er in Verteidigung? 22. Ist auch nicht der Welt. Kommt hier nicht zu Rand. Das war nix. So. Köhler. D. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Kwaner. Nee. 83. Minute kann ich es mir noch leisten. Aha. Mhm. Der war gut. Das sage ich nicht. So. Jetzt kommt es drauf an. Wie machen wir... Nee. Warte mal. Ich gehe einfach hier hin. Ich lasse es Kwaner. Ich meine, Bobby Wood hat jetzt so oft versagt. Man muss es auch mal Kwaner... Ah. Ich hätte es ihm gekönnt. Ich hätte es wirklich Kwaner gekönnt. Weil der spielt nicht schlecht. Na. Aber der Abschluss, ne. Der Abschluss ist einfach... Achso. Ist einfach nicht da. Man kann es nicht anders sagen. Dann haben wir ein... Ja. Ein... Ein schlappes... 1 zu 0. Ein... Ein... Ich sag es mal. Ein unsicheres sogar. Das hätte sogar 1 zu 1 werden können. Naja. 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 Schön ist es nicht. Das Spiel des Tages. Den gibt es gar nicht mehr. Ist... Ach doch. Fürstner. Okay. Bonus Erfahrung. Sehr schön. Bunkeck. Ja, Wut. Der hat natürlich das Tor geschossen. Aber... Schön war es nicht. Achso. Wir müssen mal schauen. Ich glaube zwar noch nicht. Aber... Wir müssen mal schauen, wie es aussieht. So. Jetzt kommen wir ein bisschen wieder was rein. Wir stehen... Ja. Jetzt kann man noch nichts sagen. Aber da... Schaut mal hin. Die sind schon viel besser als wir. So. Gegen Waldhof Mannheim. Das müsste hier eigentlich... Oh Gott. Das müsste hier eigentlich... Schaut mal hin. 4. Wenn wir jetzt hier nicht... Dann... Dann werde ich... Also dann. Wir könnten rechts wie links. Das ist im Grunde egal. Toll, ne? Hm. Also wenn wir hier jetzt verlieren, ne? Wir lassen es mal so. Wir lassen es sogar mal so. So. Jetzt will ich nur noch mal schauen. Bei... Ähm... Ausbauten... Ausbauten... Hauptassistenten... Wie viel brauchen wir? 45. Okay. Dann weiß ich auch das. Und... Ja. Das lassen wir erst mal unsere Training, ne? Das, was wir so eingestellt haben. Und los geht's. Aha. So. Jetzt. Ein Heimsieg. Wieso spielen wir denn eigentlich schon wieder da? Ist das irgendein... Jetzt hab ich gar nicht geschaut. Das ist doch ein Ligaspiel, oder? Denk jetzt. So. Ähm. Wood. Mein Freund. Also ich... Ich... Ich will ja nichts sagen, aber Wood. Jetzt mal ganz ehrlich. Wenn du den nicht reinbekommst... Danke. So. Mal schauen, was der Gegner treibt. Haha. Kumilo. Auf. Bayonk. Bayonk. Nach vorne. Und? Boah. Was machst du denn, Trimmel? Ich hab dir einen Drei-Jahres-Vertrag gegeben. Für das. Bitteschön. Hallo. Dafür. Hoffentlich. Nein! Was ist denn mit unseren Verteidigern da vorne los? Du hast eine Mannschaft hier. Du hast eine Mannschaft hier. Oh Gott. Die Verteidigung ist schlecht, oder? Wieso? Ich hab doch die... Hm. So. Hier, Wood. Darfst dein... ...zweites Tor schießen. Wir. Du versagst. Wir. Danke. Nimm dich aus der Mannschaft. Nimm dich aus der Mannschaft, wenn du versagst. Okay. Ja, da können wir in der Halbzeit dann... ...können wir dann mal richtig einwechseln. Wenn wir gleich zwei einwechseln. Na, immerhin. Na, wenigstens Bukatet. Spieler des Torgers hier. Der steht natürlich jetzt super hier, ne? Quering. Freier Raum. Und halten, bitte. Hm, jetzt... Jetzt versuchen sie es natürlich... Jetzt versuchen sie es natürlich auf diese Weise, ne? Kommt Quering noch gleich. Ach so, halt. Du musst... So. Dann Brandy gehen wir hier hin. Wood geht hier rein. Und... ...dann schießen wir hier auf Brandy. Und der schießt einfach mal. Und versucht sein Glück. So. Wir schießen von rechts wie links. Das sieht gut aus. Das wird eine Packung. Ich sag mal so. Das wird eine Packung. Aber zu Null werden wir wahrscheinlich nicht schaffen, weil irgendwie unsere Verteidigung... ...seht ihr? Vielleicht doch. Wisst ihr? Vielleicht ja doch. Vielleicht. Vielleicht ja doch. Zumindestens mal hier drüben. Ne, halt. Ja doch. Hier drüben. Mal den nach unten. Nur mal so aus... ...Gag. Immer klappt es natürlich nicht, ne? Schade eigentlich, ne? Zu Null wäre natürlich toll gewesen. Schade mal hin, wenn man dann manchmal so... Hä? Das mit den Toren? Ich sag ja, das wäre nicht schlecht gewesen. Was denn jetzt? So. Queering in den freien... ...schaffst du nicht. Dann, ähm... ...ein normaler Pass. Oh, du bist schlecht, ne? Dann mach hier auf. Förstner. So. Mal schauen, ob ich ihn halten kann. Ja. So, und dann schaffst du es hier? Ne. Dann wirst du selbstständig hier nach vorne gehen. Schießt hier einen Pass hin. Und wir hoffen das Beste. Tja, gut. Was ist denn los? Soll ich auf Brandy? Soll ich da... Was? Bist du jetzt schon... ...ausgepowert oder... Was? Was soll das? Marla. Schießt auf Pajonk. Und Halbzeit. So, wir wechseln aus. Bobby Wood. Da kommt Spitze rein. Mal schauen, was der kann. Wahrscheinlich nichts. Aber wir nehmen ihn. Und... Quint für... Köhler. Ne, für Queering. So. Damit auch mal unsere... ...unsere Nachwuchstalente spielen, ne. So in einem richtigen Spiel. Verte Liga. Und jetzt. Jetzt bin ich gespannt. Warte. Ja, das ist schlicht. Ne, eigentlich du. Mist. Und noch ein Freistoß. Schlicht. Das ist echt schlecht. Das ist mehr als schlecht. Und der ist noch motiviert. Verrückt. Jetzt wird es langsam eng, ne. Wahnsinn, oder? Das ist traumhaft. Echt leicht traumhaft. Treffen nix, ne. Brandy hat schon ewig keinen Turm mehr geschossen. Wenn ich es richtig bedenke. Ich glaube, letztes Mal hat er eins geschossen, oder? Eins hat er, glaube ich. Ne, hat... Ja, genau. Ne, der hat jetzt... Ne, doch. Der hat jetzt, glaube ich, eins geschossen. Ja, 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 probier. Na, okay. Ah, geluftet Pass. Ja, Kontrolle würde wahrscheinlich nicht halten können. Dieser Quint. Und? Ne. Schaffst du's? Nicht wirklich, ne? Dann müssen wir mal Firsten herholen. Du pressed. Du... Boah, selbst das? Wo ist denn das hier? Charity. Was ist denn das hier für ein Mann hier? Mittendrin in dem... Laden dort. Die machen mich... Die machen mich nass, ne? Die machen mich so richtig nass hier. So ein... Blödsinn. Das wär schön. Oh, das wär ja toll gewesen. Das wär, ich hätt's ihm gegönnt. Unseren Nachwuchstalent. Hm. Boah. Wo sind jetzt? Achso, der darf noch mal. Boah. Ich glaub's auch einen gelupften Pass. Heiei. 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 Sehr schön. Oh. Oh. Hatte ich den nicht genug? Jede Menge gelbe Karten in dem Spiel hier, ne? Komm, schieß jetzt noch ein Tor. So gut ist der Tormann nun wirklich nicht hier. Das hier, dass ihr den nicht... Oh, der ist wirklich nicht gut, aber... Interessiert kein Menschen hier. 84. Minute, dann wär das nix mehr, ne? Hm. Ja, das ist echt doof hier. Manchmal... Manchmal bin ich sehr, sehr enttäuscht. Obwohl wir das... Manchmal bin ich von meiner Mannschaft echt ein bisschen enttäuscht. Manchmal ist es ja... Bin ich ja sehr stolz drauf, ne? Aber manchmal bin ich schon ein bisschen... T-t-t-t-t-t-t-täuscht. Oh, die machen... Die... Lassen einem das... Oh, die lassen einem... Die lassen einem... Das Blut in den Adern gefrieren. Ja, ist auch klar. Das war auch klar. Naja, es... Äh, was anders hätte ich ja nicht machen können. Boah, Wahnsinn, oder? Die waren im Ballbesitz super. Die waren auch bei den Schüssen super. Und bei den Fouls waren sie sowieso super. Bei den Zweikämpfen auch. Das war total schlimm. Das ist... Wir haben gerade so gewonnen, ne? Ja, der Fürstner... Ja, der Fürstner war... Der Fürstner war... Ja, der war der Einzige, dem ich's gönne. Die anderen kannst echt in der Pfeife rauchen hier. Total in der Pfeife rauchen. So, wie sieht's aus? Ja, das hat noch nix zu sagen. Wenn ich das so sehe. Wenn wir gegen Waldhof Mannheim gehen. Hier. Oh Gott. So, was gibt's Neues? Sehr heiß heute. So, wir spielen gegen die Kicker. Es ist auch wieder so eine Husten-Mannschaft, wo wir wahrscheinlich wieder verlieren. Wir bleiben mal in der Aufstellung. Wir gehen auf alle Fälle wieder über links. Da ist ja Wood, ne? Rechts ist Brandy. In der Mitte Quarner. Wir lassen's. So. Wir lassen's mal so. Warte, warte, ich muss mal schauen. Ist jemand irgendwie ein bisschen... Nö. Sind alle top in Form. Und dann schauen wir wieder zum Schluss auf unsere Training, ne? Wenn wir gegen die gewonnen haben. Was sag ich jetzt mal? Schon wieder in einem Spiel? Echt? So. Wood. Ich möchte bitte gleich ein Tor. Damit die gar nicht erst auf dumme Gedanken kommen. Das hat das letzte Mal auch, ne? Und dann... Das letzte Mal waren wir in der ersten Halbzeit super. Aber die zweite Halbzeit, ne? Die hat uns echt... Aha, jetzt kommen sie von der Seite. Will ich hier keinen stehen? Na gut. Das ist in Ordnung. Trimmel hat aufgepasst. Da will ich ja mal gar nichts sagen, ne? Kannst du da an dem vorbeispielen? Anscheinend. Obwohl, wir haben auch ein schönes Stadion. Schau mal hin, so einen kleinen Eiswagen. Und jetzt schon wieder... Nein! Nicht gerade Fürsten. Wir geben mal Tauber die Chance. Hier als... Spielmacher. Haben sie unseren... Ha! Die sind clever, ne? Die sind echt clever. Haben sie unseren Spielmacher hier... ausgeschaltet. Solltet ihr auch machen. Wer ist denn hier Spielmacher? Strunz? Dumm? Der, der hier. Der sieht echt böse aus. Oh. Oh. Ach komm, Schiss drauf. Oh, der von hier hinten geht rein. Hm. Na gut. Ja. 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 Und nein. Und... Ja. Aber... Wer hält ihr nicht? Oder? Oh. Tolle Pressing hier. Ja, deswegen. Das Pressing hatten wir nicht die geringste Chance. Vielleicht... Derni. Dann presst du mal hier. Und zack auf. Ja, hältst du den, Tauber? Oder wollen wir lieber... ...zu Köhle einfach hinspielen? Der hat eigentlich keine schlechten Werte. Nee, du hältst... Du hältst den. Ich bin... Ich bin guter Dinge. Pressing? Ah, zwei... Ja, die können so viel pressen. Ja, das ist... Nee, ich hätte... Ich hätte wirklich so Köhle hinspielen sollen. Das wäre, glaube ich... ...besser gewesen. Ja, dann machen wir das Ding... Dann machen wir das hier nochmal. Hm, das können wir jetzt hier... ...fünf Stunden lang machen. Das sind neue Dinge. Was? Entscheide... Entscheide dich jetzt. Entscheide dich jetzt. Ja, jetzt ist die Frage, ne? Gewaltschuss? Sehr schön. In den letzten Minuten vor der ersten Halbzeit. Gut, haben wir es. Haben wir immerhin zwei Tore Vorsprung? Ja, noch nicht. Aber eventuell. Wenn der jetzt nicht trifft. Hm? Hab ich... Ist gut. Gut, schauen wir mal... Ja, wir wechseln wieder aus. Und zwar... Thiel diesmal rein... Der hat sich ganz schön anstrengen müssen. Und ich probiere es nochmal mit dem Quint. Ich probiere es nochmal mit dem Quint. Der war ja das letzte Mal gar nicht so schlecht. Hätte ich es recht, bitte. Er bekommt sogar eine Chance, eine ganze Halbzeit zu spielen. Ich meine... Das ist... Na, also... Das ist schon was. Gut. So, dann mal hier hin. Zack. Dann mal zu Köhler. Köhler. Zack. Und Ball halten, bitteschön. Danke. Und? 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 So. Ähm... Nee, können wir nicht. Dann geh hier hin. Geh hier hin. Wollen wir mal schauen, was das macht. Jo. Jo. Och, schieß ihn selbst dran. Nee. Oder? Was schaffst du denn du da? Das wäre doch mal was. Nee. Nee. Ähm... Wir werden ihn hier rüber... Nee, können wir nicht. Ähm, hier hin? Ist auch blöd. Und hier hin? Ist besser. So. Wollen wir mal schauen, was Braundi reißt hier. Ja. Quint. Es tut mir leid, aber... Ähm. Ein Tor hätte ich gerne noch gehabt. Und Farn, die hat schon lange kein Tor mehr geschaffen. Deswegen war das schon ganz gut. Aha. Und jetzt? Aha. Also bist du nicht gleich hier hingelaufen? So. Quill... Oh, ja, 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 ja. Dann müssen wir Thiel mit hin. Thiel pressed. Du nimmst eventuell ab. Aber der ist so gut, dass er wieder... Nee, der pressed. Ah, ja, der nimmt ab. Ist dasselbe in grün, ne? Na, wollen wir mal schauen. Was macht der jetzt? So, dann können wir mit Queering hier hin. Und probieren unser Glück. Danke. Vielleicht hält er ihn hier. Sehr schön. Ah, schade. Gelbe Karte. Ja, hatte, hatte, hatte. Kannst du bis hier vor... Kannst du lupfen? Hey, hey, Queering. Bin beeindruckt. Manchmal, ne? Nee. So muss das gehen. So muss das laufen. Wir hätten doch Tor. Ja, 50 Tore sind ja wie nix, ne? Das wird's mir ganz ehrlich. Das muss man richtig bedenken. Das hab ich jetzt nicht so bedacht. Dass man ja eigentlich ganz schön viel Tore schießt. Oh, 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 oh. Jetzt wollen sie uns nochmal so richtig eine... Wir müssen jetzt Brandy nach vorne bringen. So, Kickers. Jetzt hier. Packung. Endlich mal ne Packung. Hätten wir schon bei Waldhof machen können. Quint steht hier ein bisschen... umsinnig rum, aber... Ja, das funktioniert super. So, Köhler, ja. Ja, das ist immer die Frage hier. Man weiß immer nicht. Und der hält den sowieso nicht. Dann, ja, ne? Seht ihr? Klar. Ja, 50 ist 50. Und da können wir nix dran ändern. Achso, ich hätte mal... Ich hätte mal schauen sollen. Ein Monat! Und 25 Tage! Wow, das sind ja fast zwei Monate hier. Schlecht. Dann muss Dauber die Rolle übernehmen, ne? Und der wird wahrscheinlich in der Zeit natürlich schlecht werden, ne? Das ist natürlich nicht so gut. Oh, Tor-Differenz. Ja. Das ist mal gut. Ja, ist... Temporär, ne? Temporär sind wir mal oben. So. Ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Ich bin mir dessen bewusst. So, was haben wir denn hier? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich kann gar nicht hinschauen. Eine Viere-Kette. Wir müssen trotzdem über links. Aber, schaut mal hin. Dann lassen wir es so. Wir müssen trotzdem über links. Da haben wir Bobby. Gornal, okay. So, dann kommt Dauber natürlich. Und... Es tut mir leid, mein Freund. Aber ich werde mal... So. Ähm... Obwohl... Obwohl, obwohl... Ja, doch. Ist im Grunde egal, aber was passiert? Köhler. Dann werde ich mal für Köhler hier Thiel reinsetzen. Nur mal zu. Aus. Gag. Ähm, wir haben 39. Was? Wie viel haben wir? Ah, ich habe schon wieder vergessen. Ich glaube, 45 oder so, ne? Ja. So. Ähm... Wir hätten anzubieten. Nochmal. Controlling. Lassen wir immer noch. Verteidigung ist in Ordnung. Boah, jetzt haben wir gesagt. Ist der einzige Controller. Hm. Jo. Jo. Auf alle Fälle. So. Das Mittelfeld. Verteidigung, 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 Verteidigung. Alles verteidigt hier im Mittelfeld. Oh ja. Auf alle Fälle. Obwohl eigentlich... Ja. Ja, es ist schwierig zu sagen. So. Äh, Genauigkeit, Genauigkeit, Genauigkeit. Eigentlich braucht... Eigentlich braucht... Obby... Na doch. Der muss auf 80 Genauigkeit drauf getrimmt werden. Oder stirbt davor. So. Als Wechselspieler. Verteidigung. En masse. Mhm. Ja. Oder? Controlling noch ein bisschen. Ne, ne. Wir lassen mal Verteidigung en masse. Klar. Control, Pass, Pass, Genauigkeit. Control, Control, Ja, Eigentlich, Pass, Pass, Ja, es passt schon. So, dann sag ich Tschau, Tschau, Tschau.